Als Zeus einst die sidonische Königstochter Europa entführt hatte, konnte sich ihr Vater Agenor nicht mit dem Gedanken abfinden, seine Tochter für immer verloren zu haben. Daher sandte er seine Söhne Phönix, Kelix und Cadmus aus, ihre Schwester zu suchen. Kehrt nicht ohne Europa zurück, so drohte er, denn sonst seid ihr nicht wert, das königliche Erbe anzutreten. Und die drei Brüder zogen mit ihren treuesten Gefährten hinaus in alle Welt, um die geraubte Schwester zu suchen. Lange schon waren sie unterwegs, aber ihre Schwester fanden sie nicht. Da gaben die beiden älteren Brüder schließlich die Suche auf und ließen Cadmus mit seinem Gefolge allein weiterziehen. Da sie jedoch den Zorn ihres Vaters fürchteten, ließen sie sich in der Fremde nieder und gründeten neue Städte. Phönix wurde König in einem nahegelegenen Lande, das bald darauf nach ihm benannt wurde, im fruchtbaren, reichen Phönizien. Kelix hingegen kam in Kelikien auf den Thron. Cadmus aber durchstreifte weiterhin unverdrossen die Lande, bis er Asien hinter sich gelassen hatte. Er segelte über das Meer und gelangte schließlich nach Hellas. Als er vernahm, dass sich in Delphi ein Orakel des Apollon befinde, machte er sich zu Fuß dahin auf und befragte den Gott, was er tun solle. In ihm brenne der Wunsch, Großes zu vollbringen. Er wolle mit Ungeheuern kämpfen und sie vernichten, genauso wie Apollon die Schlange Python besiegt habe. Auch wolle er eine Stadt erbauen, deren Ruhm weithin erstrahlen solle. Durch den Mund der Pythia weiß sagte ihm Apollon, dass es ihm wohl gelingen werde, ein Ungeheuer zu vernichten und eine Stadt zu gründen, dass ihm aber dabei selber viel Leid beschieden sei. Doch der Jüngling ließ sich nicht abschrecken. Da weiß sagte ihm Apollon, er werde unterwegs auf eine verzauberte Kuh mit schneeweißem Fell stoßen. Cadmus solle ihr folgen und dort, wo sie vor Müdigkeit niedersinke, eine Stadt erbauen. Der Held verließ Delphi und es dauerte nicht lange, dass er wirklich auf eine Kuh traf. Sie hatte ein makellos weißes Fell und als sie Cadmus gewahr wurde, fingen sie an zu laufen. Sie lief ohne einzuhalten und drehte nur zuweilen den Kopf mit ihren glänzenden Hörnern nach Cadmus um, als ob sie ihn anspornen wollte, nur ja auf ihren Fersen zu bleiben. Mit seinen Gefährten folgte Cadmus der Kuh ganze neun Tage lang. Der Weg führte durch schattige Wälder, über grüne Felder und saftige Wiesen, bis die Kuh endlich auf einem blumenübersäten Hügel Halt machte. Sie sank erschöpft ins Gras, hob den Kopf und blökte laut. Cadmus erkannte, dass dies die Stelle sei, wo er die Stadt erbauen sollte. Er küsste den Boden und sein erster Gedanke war, Zeus ein Opfer darzubringen, damit die künftige Stadt von Bestand sei. Er sandte einige seiner Gefährten aus, eine Quelle zu suchen. Sie sollten mit einer Amphore Wasser aus der Quelle schöpfen, damit das Opfer geweiht werden könne und Zeus es mit Wohlgefallen annehme. Die Gefährten machten sich auf, durchstreiften den Wald und stießen schließlich mitten im Dickicht auf eine Höhle, die einen niedrigen Eingang hatte, vor dem große Steinhaufen herumlagen. Aus der Höhle jedoch sprudelte eine Quelle mit frischem, klarem Wasser. Freudig begannen die Jünglinge die Amphore mit Wasser zu füllen, doch da wälzte sich unvermutet eine große Schlange aus der Höhle. Sie war überall von ehrenen Schuppen bedeckt, ihre Augen rollten grauenerregend und am Hals blähte sich eine Giftblase auf, größer als ein Fass. Ihr riesengroßer Rachen aber war mit drei Reihen Zähnen bewährt, die lang und spitz wie Dolche waren. Dieser schreckliche Drache war ein Sohn des Kriegsgottes Ares. Er wachte über diese Quelle, die seinem Vater geweiht war, und das ganze Gebiet rings um die Wasserstelle. Keiner durfte den Wald durchqueren, und wer es dennoch versuchte, bezahlte dafür mit seinem Leben. Dieses Untier wälzte sich also aus der Höhle, begrub die Gefährten des Kadmos unter sich, schlug seine spitzen Zähne in ihre Leiber und tötete sie auf der Stelle mit seinem Gift. Währenddessen wartete Kadmos ungeduldig auf das Wasser. Als es schon Abend wurde und seine Begleiter noch immer nicht zurückgekehrt waren, ging er sie selber suchen. Auch er irrte durch den Wald und gelangte schließlich an die Quelle. Da sah er seine Gefährten tot unter dem Drachen liegen. Das Untier war gerade dabei, sein erstes Opfer zu verschlingen. Da packte der junge Held einen Felsbrocken und schleuderte ihn mit ganzer Kraft auf das Ungeheuer. Aber die ehrenen Schuppen schützten den Drachen. Es zuckte nur leicht zusammen, dann erhob es sich hoch in die Lüfte und richtete seine versengenden Augen auf den unerschrockenen Angreifer. Seine gespaltende Zunge bewegte sich unaufhörlich und er zischte so laut, dass es klang, als ob ein vernichtender Sturm über die Wälder hinweg brauste. Aber Kadmos erwartete das Ungeheuer furchtlos, wie es sich für einen Helden geziemt, in der einen Hand das Schwert, in der anderen die Lanze. Da stürzte sich der Drache auf Kadmos herab, aber der Held schlug so heftig zu, dass seine Lanze den Hals des Untiers durchbohrte und auf der anderen Seite in einen Baumstamm fuhr. So war das Ungeheuer festgenagelt. Es zuckte noch einige Male auf und sank dann tot in sich zusammen. Da vernahm der Sieger plötzlich eine Stimme. »Ares liebt alle die Ungeheuer, die den Menschen zu schaffen machen. Du hast einen seiner Lieblinge getötet, der noch dazu sein Sohn war. Das wirst du einst büßen müssen, indem du selber in einen Drachen verwandelt wirst.« Kadmos, das Schwert noch immer in der Hand, wandte sich hastig um, in der Meinung, einen neuen Feind vor sich zu haben. Aber vor ihm stand die Göttin Pallas Athene, den Schild vor ihrer Brust und den Speer in der Hand. »Sollte mir das auch einst widerfahren«, sagte Kadmos, »so bin ich doch froh, diesen schrecklichen Drachen überwältigt zu haben, der die Menschen daran hinderte, dieses fruchtbare Gebiet zu besiedeln. Hier möchte ich eine Festung bauen, deren Namen bald in aller Munde sein sollte.« »Um das zu erreichen, benötigst du viele Leute. Brich dem Drachen behutsam alle Zähne aus und sähe sie in den Boden. Dann wirst du genügend viele Helfer haben.« Nach diesen Worten verschwand »Athene«, Kadmos befolgte ihren Rat, brach dem Ungeheuer die Zähne aus und säte sie in den Boden. Und nach kurzer Zeit schon entsprossen dem Erdreich Lanzenspitzen, denen allmählich Helme und schließlich geharnischte Männer von riesenhaftem Wuchs folgten. Kaum waren sie dem Boden entwachsen, als sie auch schon mit den Waffen wütend aufeinander losgingen. Sie bekämpften sich erbittert mehrere Tage lang, bis nur noch fünf von ihnen am Leben waren. Da stand plötzlich Athene zwischen den Kämpfenden und gebot ihnen, die todbringenden Waffen zu strecken und mit Kadmos, der ihr König sein sollte, Freundschaft zu schließen. Auf Befehl des Helden erbauten sie im Walde an der Aresquelle die Festung Kadmeia, die Akropolis der künftigen Stadt Theben. Ehe sie aber mit dem Bau begannen, opferte Kadmos dem Zeus die wunderbare Kuh, die ihn zu dem Hügel geführt hatte. Ihre Haut zerschnitt er in schmale Streifen, die er zu einer langen Schnur aneinander knüpfte. Mit ihr vermaß er das Land, das ihm untertan sein sollte. Um die Erinnerung an die wunderbare Kuh für immer wach zu halten, gab Kadmos aus seinem Land den Namen Böotien, was so viel wie Kuhland bedeutet. Aber da er einen Sohn des Ares getötet hatte, musste er in der Zukunft viel leiden, wie es ihm Apollon geweissagt hatte. Seine Kinder hatten alle unter dem Hass des Ares und anderer Götter zu leiden, und der Held selber wurde, wie auch seine Gemahlin, bei Lebensende in eine Schlange verwandelt. Zwei Schlangen jedoch, die niemandem ein Leid antaten. Doch selbst dieses bittere Schicksal konnte den Ares nicht besänftigen. Nachfolger des Kadmos auf dem Thron von Kadmea waren zwei Jünglinge, die Zeus mit der Nymfe Antiope gezeugt hatte, Setos und Amphion. Die beiden beschlossen, am Fuße der Festung eine Stadt zu erbauen, das siebentorige Theben. Setos war von kräftiger Statur und rohem Wesen. Sein Bruder Amphion dagegen war das ganze Gegenteil, zart und feinfühlig. Überdies spielte er wunderbar auf der Leier, so schön, wie es zuvor nur Orpheus vermocht hatte. Als die Arbeiten am Bau der Stadt begannen, erklärte Setos, er wolle Steine aus den umliegenden Bergen brechen, und wirklich schleppte er auf seinem Rücken große Felsbrocken zu Tale. Amphion machte keine Anstalten, seinem Bruder nachzueifern. Als seine Finger aber in die Seiten der Leier griffen, fingen die Felsen an, sich zu bewegen, und glitten von selbst zu den Klängen ins Tal, sodass Setos auf einmal Bausteine im Überfluss hatte. Es heißt, dass man die neue Stadt nach den sieben Seiten der Leier Amphions mit sieben Toren ausgestattet habe. Jedes Tor bekam später den Namen einer der Töchter des Amphion und seiner Gemahle Niobe. Einer der Nachfolger von Setos und Amphion auf dem Thebanischen Thron war König Laios. Der König hatte die schöne Iokaste zur Gemahlin, aber der Wunsch des Herrscherpaares nach Kindern war nicht in Erfüllung gegangen. Da es Laios aber sehnlich nach einem Erben verlangte, flehte er im Tempel von Delphi zu Apollon um Erhörung seines Wunsches. Der Gott ließ ihm durch den Mund der Pitya folgende Antwort geben. Deine Gemahlin Iokaste wird dir einen Sohn gebären. Wisse aber, Laios, ihm ist es bestimmt, seinen Vater zu töten, seine Mutter zu schänden und über das ganze thebanische Volk Trauer und Unglück zu bringen. Das alles geschieht nach dem Willen des Ares, weil an dem Ort, wo Theben steht, einer seiner Söhne, der Drachen, durch Kadmos sein Leben lassen musste. Unglücklich über diese Worte kehrte Laios nach Theben zurück und eröffnete Iokaste die furchtbare Weissagung. Doch im folgenden Jahr gebar Iokaste wirklich einen Sohn. So sehr sich Laios zuvor immer ein Kind gewünscht hatte, so sehr hasste er es jetzt. Er setzte es auf dem Berge Kiteron aus, damit es von wilden Tieren zerrissen würde. Es traf sich aber, dass ein korinthischer Schafhirt das Kind fand und es mit in seine Heimat nahm. Das Königspaar von Korinth hatte keine Kinder. Es erbarmte sich des Findlings und nahm ihn gütig auf, um ihn wie einen eigenen Sohn aufzuziehen. Sie gaben ihm den Namen Oedipus. So wuchs der Sohn des Laios also in Korinth zu einem klugen, tapferen Jüngling heran. Als Oedipus zum Manne herangewachsen war, spotteten leichtfertige Diener einmal darüber, dass er nicht der Sohn des korinthischen Königs, sondern nur ein Findelkind sei. Von Zweifeln beunruhigt suchte Oedipus das Orakel zu Delphi auf, um von Apollon die Wahrheit zu erfahren. Aber die Pythia entdeckte ihm in ihrer Antwort nicht seine wahren Eltern Laios und Kaste. Sie sagte zu ihm, kehre nicht in das Land heim, wo du zur Welt gekommen bist, sonst wirst du deinen Vater töten und deine Mutter heiraten. Du wirst allen, Verwandten und Freunden, großes Unglück bringen. Als er diese Worte vernahm, überlegte Oedipus, wenn der König von Korinth nun doch mein Vater ist? Wenn mich das Verhängnis treibt, meine Eltern zu vernichten? Nein, lieber entfliehe ich. Ich werde nicht heimkehren und so dem Unglück ausweichen, das auf mich lauert. In der Meinung, sich von seiner Heimat zu entfernen, machte sich Oedipus auf den Weg nach Boothien. Da kam ihm auf der engen Straße langsam ein Wagen entgegengefahren. Im Wagen, der von etlichen Bewaffneten begleitet wurde, saß ein weißhaariger alter Mann. Der Wagen war schon ganz nahe, als der Lenker der Rosse Oedipus Barsch anfuhr. Platz da! Mach dich aus dem Weg! Zornig, dass ihm ein Sklave gebieten wollte, wich Oedipus nicht von der Stelle. Da versetzte ihn der Wagenlenker mit der Peitsche einen Schlag. Außer sich vor Empörung schlug Oedipus mit seinem Schwert zu und tötete ihn. Um den Tod seines Sklaven zu rächen, zog der weißhaarige Greis das Schwert und ging auf den Jüngling los. Der aber zögerte nicht lange, hob seinen Speer und traf den Alten tödlich mit der Waffe. Von den fünf Begleitern entkam nur einer, indem er feige Reis ausnahm. So hatte sich die erste Weissagung Apollons erfüllt. Oedipus hatte, ohne es zu wissen, seinen Vater getötet. Denn der Greis, der nun samt seinem Gefolge am Wegrand im Blute lag, war niemand anders als König Laios. Laios hatte sich zum delphischen Orakel aufgemacht, um von Apollon zu erfahren, wie er seine Stadt Theben retten könnte. Denn in unmittelbarer Nähe der Stadt hatte sich auf Geheiß des Ares die Swings niedergelassen. Dieses Ungeheuer besaß einen Frauenkopf, hatte den Körper eines Löwen, den Schwanz einer Schlange und Adlerschwingen. In seiner Rachsucht verfolgte Ares nicht nur die Nachkommen des Cadmus, sondern alle Menschen, die in der Stadt wohnten, die dort erbaut worden war, wo sein schrecklicher Sohn, der Drache, gehaust hatte. Die Swings versperrte die Wege, die von und nach Theben führten. Jedem, der vorüberzog, gab sie ein Rätsel auf. Wer es nicht lösen konnte, wurde von der Swings getötet, mit den Krallen zerfleischt und schließlich verschlungen. Keiner hatte das Rätsel bisher lösen können, und auf diese Weise hatte die Swings schon unzählige Thebaner getötet. In ganz Theben herrschte großes Entsetzen. Selten gelang es einem, die Stadt durch eines der sieben Tore zu verlassen, ohne von der Swings ergriffen zu werden. Es hätte nicht viel gefehlt, und die Stadt wäre menschenleer gewesen. Der Schrecken wurde durch die Nachricht, Laios sei von Wegelagerern niedergeschlagen worden, noch vergrößert. Der entkommene Begleiter nämlich hatte sich geschämt, einzugestehen, dass ein einzelner Mann sie überwunden hatte, und so berichtete er von einer ganzen Bande von Wegelagerern, die ihnen den Weg verstellt hätten. Überdies hatte die Swings gerade zu jener Zeit wieder viele Opfer verschlungen, darunter den Sohn Creons, des Bruders der Könige Neokaste. In Creons Händen lagen bis zur Wahl eines neuen Königs die Zügel der Herrschaft. Nach dem Tode seines Sohnes ließ er tief bekümmert öffentlich bekannt machen, dass derjenige, der die Stadt von der Swings befreien würde, seine Schwester Jukaste, Laios Witwe, als Gemahlin heimführen und damit König von Theben werden soll. Als Oedipus im Theben anlangte, hörte er, was dem Retter der Stadt versprochen war. Nach einigem Überlegen sagte er sich, es ist Zeit, dass ich dem Schicksal und den Göttern trotze. Sie verfolgen die Menschen mit ihrer Willkür. Die Swings soll Theben vernichten. Ich aber liebe die Gerechtigkeit und die Menschen. Und ausgerechnet mir sagt das Orakel so grauenvolle Schandtaten voraus. Aber ich wehre mich dagegen. Noch heute nehme ich den Kampf mit dem Schicksal und der Macht der Götter auf. Kaum hatte er diesen Entschluss gefasst, ging er auch schon daran, ihn auszuführen. Aber er ahnte nicht, dass ihn der Gott Ares selber nach Theben geführt hatte, um ihn zu verderben. Oedipus begab sich nach dem Felsen, wo sich die Sphinx niedergelassen hatte. Als ihn das Ungeheuer erblickte, schlug es heftig mit den Flügeln und kreischte schon von Weitem. »He, du da, Jüngling! Beantworte mir eine Frage. Welches Wesen geht zuerst auf vier Beinen, dann auf Zweien und schließlich auf Dreien? Antworte sofort, wenn dir dein Leben lieb ist!« »Dieses Wesen ist der Mensch«, erwiderte Oedipus. »Als kleines Kind kriecht er auf allen Vieren, ist er herangewachsen, geht er auf seinen beiden Beinen, als Greis aber nimmt er einen Stock als dritten Fuß zur Stütze.« Als die Sphinx diese richtige Antwort vernahm, verlor sie vor Ärger den Verstand und stürzte sich von dem Felsen hinab in den Abgrund. Das Volk aber trug seinen Retter auf den Schultern unter lautem Jubel in die Stadt. Creon setzte ihm die aufs Haupt und vermählte ihn mit seiner Schwester Iokaste. So lud Oedipus ohne sein Wissen eine furchtbare Schuld auf sich. Er nahm seine eigene Mutter zur Frau. Jahre gingen ins Land. Iokaste gebar ihrem Gemahl zwei Söhne und zwei Töchter, die zugleich die Geschwister ihres Vaters waren. In Theben herrschte Frieden. Oedipus regierte sein Volk mit Weisheit und schützte es vor Kriegen. Plötzlich aber brach eine verheerende Pest über die unglückliche Stadt herein. Jeden Tag starben Hunderte, ja Tausende von Menschen. Überall in Theben brannten die Scheiterhaufen und das Volk wehklagte lauter als zu Zeiten der Sphinx. Da bat der Älteste unter den Priestern König Oedipus, den Göttern ein Opfer darzubringen, um die Stadt von der Seuche zu befreien. Oedipus schickte nach dem blinden Seher Theresias und befragte ihn nach den Ursachen des Unglücks. Zuerst wollte Theresias nicht antworten. Aber als der König ihn unerbittlich zum Sprechen drängte, offenbarte er, dass die Götter die heillose Pest über Theben gesandt hätten, weil König Oedipus seinen Vater Laios ermordet und seine Mutter Iokaste geheiratet habe. Vor Verzweiflung nahm sich die Königin das Leben. Oedipus aber blendete sich mit einer goldenen Spange aus dem Gewande seiner Frau. Ohne alles, so wie er gekommen war, verließ Oedipus das siebentorige Theben, um den Hass des Ares und der anderen Götter von der Stadt abzuwenden. Viele Jahre zog er von Land zu Land nur von seiner jüngsten Tochter Antigone begleitet und er bettelte sich Almosen. Schließlich gelangte der Blinde nach Kolonos, einer Niederlassung unweit von Athen, wo Theseus herrschte. Dort endlich erfüllte sich sein Schicksal. Nur von Theseus begleitet schritt er auf einen dichten Wald zu, in dem er auf geheimnisvolle Weise für immer verschwand. Nur Theseus wusste um sein Ende. Es heißt, Zeus habe ihn mit einem Blitzstrahl getroffen, die Erde habe sich vor ihm aufgetan und er sei in den Hades aufgenommen worden. Nach dem Tode des Oedipus brach in Theben ein Krieg zwischen Oedipus' Söhnen aus. Sie töteten sich gegenseitig im Kampfe. Auch seine Töchter fanden kein glückliches Ende. Unglück und Tränen blieben zurück. So rächte sich Ares, der furchtbare Gott des Krieges, an den Nachkommen des Kadmos für den Tod seines Sohnes, des schrecklichen Drachens mit dem ehrenden Schuppenpanzer.